Hallo zusammen, Bitcoin hat alleine in den sieben Tagen nach der Wahl von Donald Trump viermal ein neues All-Time-High gesetzt und tradet zum aktuellen Zeitpunkt im Bereich von knapp 90.000 US-Dollar. Und wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, immerhin sind es alleine bis zur Amtseinführung, also bis Donald Trump dann wirklich Präsident wird, mehr als zwei Monate. Wer weiß, wie hoch das jetzt noch geht und ich bin aktuell immer wieder in Versuchung nochmal nachzukaufen und ich weiß, dass viele das jetzt auch überlegen oder manche jetzt noch schnell einsteigen wollen, die bisher noch kein Krypto haben. Aber wenn das All-Time-High so oft gerissen wird, dann ist auch Vorsicht geboten. Vor allem in Bezug auf die Steuer gibt es da eine fiese Falle, die sich aus der Haltefrist von einem Jahr ergibt. Und diese Falle wird am Ende euer Krypto zu großen Teilen auffressen. Also wir kommen jetzt möglicherweise in die parabolische Phase des Marktes und die ist bisher immer sehr, sehr kurz gewesen. Maximal mehrere Wochen, kaum mehr als drei Monate. Wenn man also jetzt noch einsteigt oder nachkaufen will, um das noch mitzunehmen, sollte man erstmal darüber nachdenken, wann man wieder raus will. Und da spielt auch die Steuer eine wichtige Rolle. Nach einem Jahr sind ja die Gewinne aus Kryptoverkäufen steuerfrei in Deutschland. Wenn man also heute kauft, dann muss man ein Jahr warten, bevor man verkauft oder man zahlt Steuern auf die Gewinne. Und wenn man sich mal den Vier-Jahres-Zyklus von Krypto anschaut, dann sieht man hier in orange eingezeichnet die ganzen Halvings, die stattgefunden haben. Und bisher war das top, jedes Mal etwas mehr als ein Jahr danach. Demnach wären wir also schon irgendwann im Mai nächsten Jahres auf dem Allzeithoch und gingen dann in einen zweijährigen Bärenmarkt, bis dann endlich irgendwann im Jahr 2028 es wieder aufwärts geht. Spannend ist auch, dass das Marktop bisher immer kurz nach der Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten gekommen ist, wie man hier sehen kann. Danach war erstmal Bärenmarkt. Aber selbst wenn man sich denkt, dass das ja nur in der Vergangenheit so war und dass das ja diesmal ganz anders laufen kann. Man sollte sich auch mal überlegen, dass wir aktuell in einer sehr euphorischen Situation sind, die vor allem durch die Fantasie beflügelt wird, dass die neue Regierung sehr viel kryptofreundlicher sein wird als die alte. Und das ist sicher auch berechtigt, aber wichtig ist nun mal, wie viel davon gerade schon eingepreist wird und wie der Markt dann auf die Realitäten später reagieren wird. Insbesondere bezüglich der Makrosituation gibt es aktuell sehr ungute Prognosen, wenn erstmal all die Einfuhrzölle, die Trump einführen möchte, die Weltwirtschaft runterdrücken und wir in eine Rezession rutschen könnten. Es kann also sein, dass es sogar schon ab Februar oder März richtig runtergeht. Kurzum, man sollte sich schon überlegen, ob man heute noch einkaufen will. Möglicherweise sieht man sich mit der Situation konfrontiert, dass man noch vor dem Ablauf eines Jahres verkaufen muss, wenn man Plus machen will. Und dann zahlt man eben doch die Steuer, trotz der Haltefrist. Oder man verkauft eben nicht und dann sitzt man auf den Verlusten für mindestens zwei Jahre und das ist tatsächlich auch keine wirklich schöne Perspektive. Man muss sich also mal klar machen, dass wenn man nächstes Jahr, also 2025 verkauft, dann fallen die Steuern irgendwann 26 oder 27 an. Und dann sind wir nach dieser Zyklustheorie zumindest genau im Bärenmarkt, möglicherweise sogar am neuen Botten, also der absolut schlimmste Zeitpunkt, wenn man dann nochmal Geld für Steuern braucht und Krypto verkaufen muss. Besonders übel ist aber auch, dass auf die Kryptogewinne Einkommenssteuer anfällt, wenn man vor dem Ablauf der Haltefrist verkauft, also die ganz normale Einkommenssteuer und nicht etwa Kapitalertragssteuer wie bei Aktien. Und was ist die Folge davon? Bei der Einkommenssteuer wird das gesamte Einkommen zusammengerechnet und aus der Summe von allem ergibt sich dann der Steuersatz. Und der gilt dann eben für alles. Also nicht nur auf Krypto, sondern auch zum Beispiel auf das Gehalt. Und das betrifft dann alle, die die Gehalt oder Arbeitslohn beziehen. Also alle Angestellten, aber auch zum Beispiel GmbH-Geschäftsführer oder sogar AG-Vorstände. Also angenommen, man hat vorher, sagen wir, 25% auf das Gehalt gezahlt, dann kann es ziemlich schnell passieren, dass man bei sehr hohen Kryptogewinnen plötzlich auch auf sein Gehalt den Spitzensteuersatz von 42% zahlen muss. Und dann noch die Reichensteuer, die ja ab etwa 270.000 Euro gilt und dann ist man ganz schnell bei 45%. Und je nachdem kommt dann noch die Sozialversicherung obendrauf und da bleibt vom Gehalt dann tatsächlich echt nichts mehr übrig. Und das hat womöglich dann auch Auswirkungen auf den Partner, wenn man in einer Partnerschaft gemeinsam veranlagt wird. Es ist also ein Riesenmist und in diesen Schlammassel möchte man, glaube ich, am liebsten gar nicht reingeraten. Was kann man da also machen? Klar, man kann es einfach lassen und warten, bis Krypto wieder runtergeht bis zum nächsten Bärenmarkt. Aber dann muss man schon eine ziemlich coole Sau sein. Also man schaut dann jetzt die ganze Zeit zu, wie Krypto einen Rekord nach dem anderen bricht, darf sich nie vorstellen, was wäre, wenn man jetzt schon eingestiegen wäre. Und muss dann, wenn die Stimmung später am Boden ist, einkaufen. Abgesehen davon, dass das eh keiner richtig hinbekommt vom Timing her, macht das auch absolut überhaupt keinen Spaß. Schaut euch am besten mal die YouTube-Videos aus dem Bärenmarkt an. Das ist echt nicht lustig. Und ob man da ausgerechnet da dann Lust hat, etwas zu kaufen, also ich weiß nicht. Und vor allem, warum hat man es dann nicht schon getan, wenn man so drauf ist? Also immerhin gab es ja jetzt zwei Jahre Zeit dafür. Und es gibt da eine super spannende Alternative dazu. Und zwar könnte das, je nachdem wie man drauf ist, das Margin Trading sein. Also indem man Bitcoin und Co. nicht kauft und in sein Wallet legt, sondern indem man auf einer Trading-Plattform mit Hebel arbeitet. Und ich weiß, viele denken, dass das super riskant ist und schrecken davor zurück. Aber wenn man einen sehr, sehr kleinen Hebel wählt, wie zum Beispiel einen Hebel von zwei oder sogar noch darunter, dann ist das im Prinzip eigentlich auch nicht viel gefährlicher, als wenn man Bitcoin jetzt ganz normal kauft. Klar hat man etwas mehr Risiko, aber das hält sich einigermaßen in Grenzen. Und das Geniale daran ist, dass in Deutschland darauf, auch bei Krypto, dann die Kapitalertragssteuer von pauschal 25% anfällt auf alle Gewinne, die man da macht. Und die ist unabhängig von der Einkommenssteuer. Man kann da also so viel Gewinn machen, wie man möchte. Die Steuer, die bleibt immer bei 25% pauschal und vor allem bleibt die Steuer auf das Gehalt davon völlig unberührt. Entscheidend dabei ist nicht der Hebel, den man tatsächlich verwendet. Der ist dem Finanzamt relativ egal. Man kann das Ganze also so safe wie möglich fahren und sogar nur so einen Mini-Hebel nehmen. Und wichtig ist, dass da ein sogenannter Differenzausgleich stattfindet und dass man Krypto also nicht wirklich kauft und in sein Wallet legt. Differenzausgleich heißt das, wenn man zum Beispiel hier bei GMX Bitcoin kauft und damit dann zum Beispiel Plus macht, wenn der Bitcoin hochgeht. Wenn man dann am Ende nicht Bitcoin ausgezahlt bekommt, sondern USDC, das ist dann ein sogenannter Differenzausgleich. Man darf also von der Börse bei dem Trade, den man macht, keine Bitcoins bekommen, sondern nur Fiat-Währungen oder Stablecoins zum Beispiel. Wenn ihr also zum Beispiel Long Bitcoin geht und der Gewinn in irgendeiner anderen Währung ausgezahlt wird, dann ist das kein Kauf von Bitcoin. Dann gilt zwar das mit der Haltefrist nicht und man muss also auf jeden Fall Steuern zahlen, wenn man Gewinn macht. Aber es ist dann eben nicht die Einkommenssteuer, die ja immer mehr wird, je mehr man Plus macht, sondern die Kapitalertragssteuer. Und die liegt immer bei 25 Prozent, egal wie viel Gewinn man gemacht hat. Und man kann das übrigens auch mischen. Also man kann Bitcoin für das langfristige Portfolio kaufen. Und da gilt dann tatsächlich, die Haltefrist ist also steuerfrei, wenn man mehr als ein Jahr hudelt. Und gleichzeitig kann man kurzfristig mit Bitcoin und anderen Kryptos traden und die Gewinne daraus unterliegen dann eben der Kapitalertragssteuer, solange die Trades in USCC oder einer anderen Währung gesettelt werden. Auf diese Weise profitiert man auch kurzfristig jetzt vom Anstieg der Kryptopreise und bringt dabei seinen Steuersatz nicht in Gefahr. Klar, gibt es zum Trading von Kryptowährungen einiges zu beachten und vor allem sollte man schon ein bisschen wissen, was man tut. Und ich empfehle hier mal mein Hyperliquid Tutorial zu schauen. Da geht es quasi um die Grundlagen, wie solche Börsen funktionieren, wie man das Ganze bedient und was dafür Dinge zu beachten gibt. Man kann das dann eben später auch problemlos auf alle anderen Börsen anwenden. Das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Und das Video ist tatsächlich nur eine Stunde und könnte sich lohnen, wenn man mal überlegt, was für ein mächtiges Tool in Bezug auf die Steuer das Ganze ist. Viel Spaß damit und bis dahin erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss.